hallo meine liebe community hier spricht wie immer mehr die co und wo stecke ich drin in mei kraft ja ganz genau willkommen zu meinem silvester spezial ich wollte eigentlich hier silvester bäller basteln aber irgendwie im material ja es wird man deutlich material ja tut mir leid geht nicht aber silvester ich will es ja bald auch da das wird am 130 ausgucken und ich will euch schon mal einen kleinen einblick geben was hier auf uns wartet das ist ein gemeinsamer server von drei jahren wegen seji und mir und wir wollen da nächstes jahr bisschen was machen durch staaten haben da einiges vor noch und ja das wollte ich euch schon mal zeigen hier haben wir schon mal ein bisschen aufgebaut vielleicht finden wir diesen wochen dschungel ja mit minecraft hat alles angefangen auf jeden fall ich möchte paar grüße loswerden auch zum neuen jahr und ich habe mir diesmal die paar namen aufgeschrieben ja ich denke mal mit in dem sinne also ich will ich grüße jetzt erst mal meine ganzen abonnenten und da habe ich hier einige namen besser sagt die namen die ich öffentlich sehen kann wer mich abonniert hat mal rausgeschrieben ich hoffe ich sage sie jetzt alle richtig auf und zwar haben wir einmal den co-rp geht mal bei ihnen rein besonders beim batman arkham folgen weil ich hatte ja da probleme drei szenen sind bei mir gesperrt und ich glaube bei ihnen können sie die könnt ihr die sehen also schaut mal bei co-rp rein dann angeballert ein neuer youtuber der sensenmann dome zog 1008 ganz grüße ich auch und danke nochmal für die schöne kanalvorstellung kent des dienst den habe ich schon in meiner special grüße ich hoffe ich habe jetzt den namen möglich ausgesprochen wenn ja gibt mal bitte ein kommentar darunter dann haben wir noch king molator und ratzegg dann lorenz hartung an schönen grüße an dich komm gut in deine familie neues jahr und schönes klavierspiel von ihr dann natürlich den lao place dann den meinen ein englischen gamer und zwar den stellart gamer 20 2020 ich hoffe ich habe dich auch richtig ausgesprochen thank you dann al katana natürlich den lieben drei jahren von drei jahren tv delica dann natürlich backyard der echte gamer ben auf destruction wenn ich habe wie schon angekündigt die 100 prozent bei batman arkham night geschafft für dich mitgespielt ich hoffe du bleibst auch weiter dran dann haben wir natürlich auch dann den jörg schröder den koa dann grisch haben natürlich den lieben wink fighter dann klaus wagner flat fan danke auch noch mal fehlt dass ich bei meiner special dabei sein durfte dann im master gamer hd dann den jan ist dann code manga cooler name dann jan kieser daniel name den tube 192 d und das finde ich jetzt mal lustig diesen namen ich hoffe ich spreche denn jetzt richtig aus imitanomale pupil ich weiß nicht was das heißt wenn das einer weiß schreibt mir über das mal bitte in den comments den you can kendoit und dann noch den schieß schießt und natürlich auch die leben tg und tg wünsche ich auch in dem moment gute besserung er ist bis angeschlagen bisschen krank ja das bringt die jahrzeit mit sich und wenn ihr fragt was ich für ein skin an habe das ist das skin von kitaro aus ford online also ich verweise gerne mal auf meine erste folge von sport online los song link unten in der beschreibung natürlich was ich nächstes jahr vorhab ist einiges einmal möchte ich euch zuschauer mit einbinden denn ich habe da was vor wenn alles fertig ist was genau kann ich ja schon mal teilweise sagen und zwar ich werde aber einen tag zwei let's plays rausbringen jeweils die erste folge und ihr entscheidet dann welches letzt blick ich sag schon weiterspielen soll let's spielen soll wie treffe die entscheidung einmal durch die aufrufe einmal durch die daumen daumen also likes auch die dislike zähle ich mir dann einmal auch natürlich die kommentare so ich bin mal gespannt was da rauskommt ich habe mir da zwei schöne spiele ausgesucht bis in ältere spiele aber 1 was ich unbedingt mal zocken wollte und 1 was ich schon mal damals auf die ps3 gezockt habe ja ich führe ich jetzt mal kurz mein haus rein da sagt unser haus das haben ming cg und drei angebaut ich hatte zu diesem zeitpunkt kaum zeit arbeit natürlich kennt jeder ich bin noch nicht so groß wie mit youtube geld verdienen kann los hoch mit mir sieht geil aus wie ich okay hier so der schlafraum sehr schöne ich werde noch ein kleines jahresrückblick machen wahrscheinlich mit drei jahren und was mit ding ist werdet ihr dann in diesem jahrsbrück jahresrückblick erfahren auf dem tor man die hat nicht langweile und ja ich werde nächstes jahr immer natürlich alles mal weitermachen und ich werde jetzt noch mal paar besondere grüße los und zwar danke ich erstmal den lieben bösen onkel den klüver und die natürlich den lieben silber dragon dass sie bei meinen videos mitgemacht haben und ich hoffe in zukunft dass sie auch wieder dabei sein werden das wird hier noch lustig hier werden noch weitere paletten gebaut also paletten sage ich schon wege für jeden eigenen bereich der wasserfall sieht hier keine wasserfall sieht echt genial aus und ja es wird langsam wieder hell finde ich schade die nacht war gerade schön jetzt hätte ich nicht paar silvesterböller steigen lassen aber ich gehe mal wieder raus und da seht ihr unser blumenmeister gartenmeister hat das hier fertig gemacht bin ich der meinung das ist typisch ist handschrift und dem sinne ich wünsche euch allen ein frohes neues jahr guten rutsch kommt schon rein trinkt nicht so viel wenn ja trinkt ein für mich mit und ich glaube wir sehen uns neun jahr und ich habe mir neun jahr was das genommen ich habe derzeit 36 abonnenten ich möchte gerne nächstes jahr mindestens die 50 abonnenten erreichen ich hoffe ihr helft mir dabei sehr schön also wenn ihr die videos gut findet leicht sie gibt ein abo teilt sie ja und in dem sinne wünsche ich euch wirklich alles beste auf die welt kommt rein und dann schön groß an meine familie schade dass ich nicht bei euch sein kann an meine verwandtschaft an meine freunde und an allen die ich kenne schönen gruß und es wird nächstes ja noch mehrere projekte mit mir geben einzeln und wahrscheinlich offen ihr werdet sehen ich freue mich auf euch so gut schaltet wieder ein und gebt ihr mal die ko und wünsche frohes neues guten rutsch ciao ein und Untertitelung des ZDF, 2020